Herzlich willkommen meine lieben Freunde. Gestern Abend hat Ubisoft Montpellier die Demo zu Prince of Persia The Lost Crown rausgebracht. Und das ist ein neuer Prince of Persia Teil, der tatsächlich ein klassisches Metroidvania ist. Und ich habe die Demo dreimal durchgespielt. Auf der PS5, auf der PS Portal, natürlich ist das dann die PS5 Version gestreamt und vor allen Dingen auf dem Steam Deck. Und die Steam Deck Variante hat mir tatsächlich mit Abstand am besten gefallen. Warum das so ist, das zeige ich euch jetzt in dem Video. Wir spielen einmal die Demo an und ich muss euch dieses unfassbar gute Spiel einfach zeigen. Von daher wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Prince of Persia The Lost Crown auf dem Steam Deck OLED. So und damit gehen wir auch rein. Ganz wichtig, falls ihr dieses Spiel gerne spielen wollt. Ihr seht es gerade oben rechts. Das ist nur per Ubisoft Connect verfügbar. Zumindest die Demo. Das Hauptspiel wird es dann auch in dem Epic Store geben, aber tatsächlich nicht bei Steam. Erstmal nicht. Bisschen schade. Könnte auf jeden Fall dafür sorgen, dass dann einige von euch vielleicht sagen, oh nee, weißt du was, dann habe ich da gar keine Lust drauf, da warte ich drauf. Kann ich verstehen. Absolut. Aber dann verpasst ihr, was denn dieses Spiel ist. Das ist unfassbar gut. Ich spiele es jetzt zum vierten Mal. Wir spielen einfach auf Krieger. Genau, hier steht auch, manche Sachen sind einfach zu. Da kommen wir nicht hin. Und das ist halt einfach so klar, weil es die Demo ist. Wie gesagt, wir spielen auf dem OLED Deck. Und das schauen wir uns einfach mal an. Anahita brachte Prinz Hassan hinter diese Tore. Ich verstehe nicht, warum Anahita so etwas tun würde. Sargon, du kennst sie am besten. Was sagst du dazu? Es ergibt keinen Sinn. Das sind wir, Sargon. Sie will die Macht für sich selbst ergreifen. Was soll das heißen? Simurk mag verschwunden sein, aber der mächtige Gott lebte einst auf dem Berg Kav und tut es vielleicht noch immer. Es war immer Simurk, der künftige Könige und Königinnen ernennt. Anahita möchte wahrscheinlich den Segen Simurks erhalten. Aber warum Prinz Hassan entführen? Sie braucht ihn. Die Tore des Simurk-Tempels öffnen sich nur für die königliche Familie. Sie hat den Verstand verloren. So wird sie niemals Simurks Segen erhalten. Wir wissen das nicht sicher. Schließlich könnte Simurk geschwächt sein. Jedenfalls ist Prinz Hassan in Gefahr. Sie wird ihn töten, sobald sie ihn nicht mehr braucht. Unsterblich erfolgt mir. Helfen wir Adashia und finden Prinz Hassan. Genau, das heißt, wir sind diesmal kein Prinz, sondern wir müssen den Prinzen suchen. Ihr seht oben links am Frame-Counter. Ich hatte ja gerade umgestellt auf Full HD. Okay, wir spielen hier jetzt mit 60 Frames, aber das Spiel läuft auf dem OLED-Deck problemlos in 90 Frames, wenn ihr den Bildschirm auf 90 Hertz gestellt habt. Das läuft unfassbar gut. Es macht unfassbar viel Spaß. Ich sehe, dass ich hier gerade was verdecke. Moment. Und das wird ein absolutes Highlight. Ist so. So, ich gehe mal hier hin. Das wird ein absolutes Highlight, dieses Game. Von Ubisoft Montpellier. Von denen ist beispielsweise auch Rayman Legends. Das unfassbar gute... Ich kann es nur sagen, unfassbar gute Rayman Legends. Ja, die Typen haben es einfach drauf. Die Typen und Mädels. 2,5D-Plattformer Metroidvanias zu erstellen. Nein, aber ich habe davon gelesen. Hier befand sich einst der Palast von König Dario. Religion, Medizin, Astrologie, Geometrie, Algebra. Alles Wissen wurde hier gesammelt. Für jedermann zugänglich. Kav beherbergte eine große Zitadelle des Wissens. Den Stolz von ganz Persien. Und? Was ist passiert? Wer weiß, niemand hat überlebt. Und wie es aussieht, steckt Prinz Hassan jetzt mittendrin. Wir müssen auf alles gefasst sein. Ähm, genau. Also, das Spiel, wie gesagt, mit 90 Frames. Das Interessante ist tatsächlich, das wurde zuerst für die Switch entwickelt und danach portiert auf die anderen Systeme. Und das kommt ja für wirklich viele Systeme raus. Ähm, die Xbox Series X-Version und die PS5-Version, die bieten 120 FPS. Ich habe es, wie gesagt, gestern auch mit 120 FPS auf der PS5 gespielt. Sieht selbstverständlich fantastisch aus. Aber ich merke... Reden wir gleich weiter. Sehe ich aus wie eine Seherin? Im Sturz eingefroren. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Aber ich habe... Ähm, ich sehe keinen großen Unterschied zu den 90 Frames auf dem Deck. Also das ist wirklich fantastisch. Auf der Portal läuft es auch gut, aber einfach nicht so gut. Ähm, ja, weil gerade, wenn man das mit 90 Frames auf dem Deck spielt, ähm, das ist... Ja, da kann auch die Portal nicht mithalten. Und ihr wisst, ich liebe meine Portal. Aber das Spiel und Metroidvanias generell, ähm, auf dem Steam Deck. Wer keine Metroidvanias kennt, es ist so, dass wir manche Bereiche einfach jetzt aktuell noch nicht, ähm, erforschen können. Beziehungsweise nicht erforschen, sondern bereisen können. Reden wir gleich drüber. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Klar, Menolias, du kannst dich ja wie ungeziefer im Schatten verstecken. Ich meine es ernst, Orod. Hier ist eine seltsame Präsenz. Ich spüre es auch. Nur ein Weg ist ganz kurz. Ähm, in 800p laufen auch die Zwischensequenzen mit 90 Frames. Hier habe ich gerade gesehen, sind wir runter auf 40. Liegt vielleicht am Full HD. Ähm. Genau. So. Gleich geht es auch los mit der Action. Vielleicht noch ein, zwei Minuten Gerede und dann geht es los, versprochen. Ja. Denen geht es nicht mehr so gut. Aber kleiner Spoiler. Gleich leben sie wieder. Für kurze Zeit. Dann erkläre ich euch auch einmal die Steuerung. Das ist Asad. Er gehört zu Adashir. Das lässt sich natürlich auch alles überspringen. Ähm. Ich habe es mir beim ersten Durchgang angeschaut. Das war's. Aber wir gucken jetzt einmal kurz gemeinsam durch. Er ist schon lange tot. Denn gleich ist die Story hier auch so erstmal vorbei. Sie sind kurz vor uns aufgebrochen. Wir sind nicht willkommen. Könnte man so sagen. Wir finden den Prinzen und Anahita. Genau. Also Metroidvanias. Ähm. Wie gesagt. Wir können nicht alle. Ich gehe nicht mit. Du hältst mich nur auf. Genau. Such alleine. Wir können nicht alle Bereiche erkunden. Weil wir beispielsweise höher springen müssen. Mit einem Double Jump oder was auch immer. Und deswegen lernen wir im Verlauf des Spiels neue Fähigkeiten. Wodurch wir dann andere Bereiche der Map wieder bereisen können. Dadurch einfach die Map größer wird. Eine ganz, ganz interessante Sache ist tatsächlich hier ein System, was hier umgesetzt ist. Aber da kommen wir gleich zu. Also wir springen ganz normal mit A. Mit R2. Beziehungsweise dem rechten Trigger. Können wir hier durchdashen. Habt ihr da gesehen. Mit L2 können wir parieren. Das heißt. Dann können wir auch einen schönen Gegenangriff machen. Und mit X kloppen wir drauf. Dann haben wir noch Y. Damit machen wir. Oder rüsten wir unsere Fernkampfwaffe auf. Steuerkreuz hoch. Seht ihr oben links. Ähm. Ist die Heilung. Die wir jetzt aber gerade noch nicht machen. Und das war es aktuell erstmal. Das ist so ein Ding. Hier kommen wir jetzt gerade nicht weiter. Einfach weil es die Emo ist. Ne. Wie gesagt. Dreimal durchgespielt das Spiel. Und es wird unfassbar gut. Es hat. Oder es ist unfassbar gut. Ähm. Ubisoft gibt die Spielzeit mit circa 25. 25. Oh. Okay. Es wird Zeit. Einmal um mich kurz gleich zu heilen. Mit 25 Stunden an. Dabei ist halt nicht klar. Ähm. Ob damit auch. Ob damit auch Nebenquests gemeint sind. Dann ist das auch. Genau. Das war jetzt gerade eine Sonderattacke. Wenn ich den linken Trigger gedrückt halte. Seht ihr. Habe ich zwei Sachen. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Ähm. Von daher. Ob es wirklich 25 Stunden sind. Müssen wir gucken. Die Reviews. Die gestern. Denn gestern ist das Embargo gefallen. Sind extrem gut. Das habe ich nicht so gut erwartet. Dort wird geschrieben. Dass dieses Spiel nur ganz ganz knapp hinter den beiden eigentlich besten Metroidvanias liegt. Ähm. Und zwar Hollow Knight und die Ori. Ähm. Das lesen wir jetzt hier nicht durch. Ne. Das könnt ihr euch durchlesen wenn ihr die Demo spielt. Das ist nichts wildes. Ähm. Genau. Und die Ori Games. Ähm. Hier also wirklich eigentlich auf Augenhöhe. Und ja. Es sind eigentlich alle absolut begeistert von dem Game. Ja. Äh. Trank würde ich gern. Habe ich nicht mehr. Ist aber nicht so schlimm. Genau. Hier mit Land. Äh. Sammeln wir immer das Atra. Und wenn ich jetzt den linken. Das zeige ich euch gleich wenn wir am Baum sind. Mit dem rechten Stick. Ne. Kann ich so ein bisschen noch die Kamera bewegen. Und hier ist wieder so ein Ding. Hier würde man normalerweise weiterkommen. Kommen wir jetzt aber nicht. Eine Karte gibt es auch. Aber erst gleich. Erst gleich. Da können wir jetzt noch nicht drauf zugreifen. Das machen wir gleich. Wir kloppen uns hier durch. Und das ist auch nicht. Wenn ihr jetzt denkt. Oh. Einfach Button Mashing. Nein. Auf keinen Fall. Also ihr müsst tatsächlich gucken. Wann macht ihr so ein Dash. Ne. Weil damit könnt ihr halt auch einfach ausweichen. Ähm. Wann pariert ihr. Wann pariert ihr denn. Das kann ich nicht parieren. Denn beim Parieren. Wenn ihr genau perfekt pariert. Macht ihr halt. Das habt ihr vorhin einmal kurz gesehen. So eine unfassbar starke Gegenattacke. Ähm. Ähm. Und von daher ist das schon sehr gut. Genau. Ich habe gesagt. Das Spiel wurde als erstes für die Switch entwickelt. Und dann tatsächlich für die anderen Geräte portiert. Das heißt. Es läuft einfach überall unfassbar gut. So. Hier war ich gerade schon. Auf der Switch habe ich die Demo noch nicht gespielt. Werde ich aber auf jeden Fall auch noch nachholen. Oh. Kann ich mir das hier holen. Du bist auch dran. Und es gibt auch tatsächlich. Ähm. Das sehen wir gleich auch. Ähnlich zu Hollow Knight. Ähm. So eine Art. Talisman-System. Ähm. Wobei wir eine Kette, die wir haben, ausrüsten können. Und uns dadurch stärker machen können. So. Das ist so ein Baum. Ne. Ist gar nicht so ein Baum. Ähm. Der Baum kommt gleich. Sondern das ist so ein Tipp, wo wir her laufen müssen. Hier steht wieder was. Hier ist der Baum. Und wenn wir da hochgehen, dann werden, wird unser Leben aufgefüllt. Wir kriegen wieder unser, ähm. Hier, wie heißt es? Lebensenergie-Saft. Und jetzt können wir Amulette ausrüsten. Wir sehen, wir haben, ähm. 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 Plätze unten. Und die Punkte unter den Amuletten sagen, wie viele Plätze die belegen. Was ich mache, ist der weiße Pfau. Denn dadurch feuern wir fünf Pfeile ab. Normalerweise haben wir einen Pfeil abgefeuert. Dadurch feiern wir fünf ab. Kostet aber halt nur einen Pfeil. Ähm. Ähm. Das mit dem Ausweichen fand ich nicht ganz so gut. So, das ist cool. Klingtänzer. Dadurch machen wir noch so einen fünften Kombo-Angriff. Und ich mache noch aktuell, dass wir einen kleinen Teil des erlittenen Schadens in Atra umwandeln. Und Atra-Kräfte, das sind die. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn wir den linken Trigger drücken. Wir haben einmal ausgerüstet Vajus-Welle. Das ist das, was ihr seht. Ähm. Die drängt halt Gegner zurück und, ja, schreddert die. Dann haben wir Shabbas-Seele. Das ist sehr gut für fliegende Gegner. Und wir haben Bermans-Odem. Ähm. Erzeuge eine Explosion und eine Heilungszone. Das ist ganz cool. Dann bleiben wir da drin stehen, können uns heilen. Aber wie gesagt, das kostet Atra. Ja, so, und jetzt kommt jemand. Und jetzt haben wir auch gleich eine Karte. Ich kenne jeden Winkel. Ich gehe an Orte, die andere nicht finden. Ich habe mit jedem Wesen gesprochen und gestritten. Und ich kenne jeden Baum hier. Wie diesen? Sind die alle so? Diese Bäume sind besonders. Sie heißen Wakwak. Sie haben das reinste Atra. Stell dich unter ihre Blätter, dann geben sie dir neue Kraft. Es gibt viele Wakwak-Bäume auf dem Berg Kav. Du sagst, du kennst dich hier aus. Wir suchen Soldaten wie uns. Unser Prinz ist hier mit einer... Einer Generalin. Hast du so jemanden gesehen? Ein Prinz? Hier gab es lange keinen Prinzen mehr. Ich habe nur dich gesehen. Aber wenn du deinen Freund auf dem Berg Kav verloren hast, dann brauchst du ein Auge des Wanderers. Was ist das? Es ist etwas sehr seltenes und sehr altes. Hier, für dich. So, das ist die Map. Das heißt, wenn wir gleich Select drücken, öffnen wir die Map. Seht ihr? Das ist die Map. Wir können reinzoomen, rauszoomen. Und da sehen wir auch, wo wir noch hin können. Wo wir noch... Da geht es noch her. Und das brauchen wir einfach später, weil es immer größer wird. Und wir kriegen noch was. Was richtig gut ist. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Und zwar, wir können jetzt Erinnerungsfragmente erstellen. Das heißt, das erkläre ich euch so. Da oben an die, ähm... Dinge, an die Truhe kommen wir noch nicht dran. Ist zu hoch. Müssen wir irgendwie einen Double Jump machen. Jetzt ist es so. Normalerweise in anderen Spielen wie Hollow Knight können wir einfach eine Markierung setzen auf der Karte. Und wir wissen nicht mehr, was war das eigentlich. Hier drücke ich kurz nach unten. Und er macht eine Art Foto. Das heißt, wenn ich jetzt gleich meine Map öffne... Genau, wir treffen uns. Okay, alles klar. Wir sehen uns. Zeitkristalle. Reden wir später drüber. Sie macht das Tor auf. Rennt weg. Ich zeige euch jetzt. Wir gehen rein. Sehen hier... Oh, da ist ja eine Erinnerung. Und dann sehen wir direkt ein Foto. Sodass wir uns sofort erinnern. Alles klar. Dafür brauche ich den Double Jump. Und wenn ich jetzt eine neue Fähigkeit habe, gehe ich kurz meine Erinnerung durch und sage, okay, alles klar. Da kann ich hin. Richtig, 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 richtig genial. So, wir laufen weiter. Also, das Spiel... Ähm, das... Ähm, das Spiel macht halt... Na, komm schon. Hallo? Moment. Genau, hier habt ihr gesehen. Der hat ein Schild. Das heißt, ich muss halt... Ähm... Ich muss parieren, damit ich seine... Ähm... Verteidigung brechen kann. Genau. Wichtig ist, dass... Ähm... Was... Oh. Mit dem Quatschen dabei ist das nicht so gut. Was wollte ich gerade erzählen? Da sehen wir übrigens die fünf Pfeile. So, jetzt habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Ist aber nicht so schlimm. Hier kommen jetzt ein paar... Dacheln raus. Ist aber kein Problem, weil wir ja schnell abhauen. Oh, wir wurden getroffen von dem da unten. Ist nicht ganz so gut, aber uns geht's noch recht gut. Genau, es gibt auch... Oh, ich muss echt aufpassen. Ihr seht, das sind diese normalerweise gelben, ähm, Angriffe. Die könnt ihr parieren. Ne? Das ist gar kein Problem. Es gibt aber auch rote Angriffe. Und bei denen habt ihr keine Chance. Die könnt ihr nicht parieren. Da müsst ihr echt ausweichen. Ansonsten habt ihr ein Problem. Jetzt fragt ihr euch... Hm, warum ist denn das Bild... Äh, der Bildschirm hier gerade so komisch? Zeige ich euch. Denn wir kommen einer bestimmten Sache näher. Und zwar dem. Wenn wir das machen... Zack. Schaut mal, was dann passiert. So, wir laufen weiter. Genau, äh, ich wollte sagen, dieses Spiel macht halt nicht viele Dinge oder erfindet nicht das Rad neu. Also das, was ich euch gerade gezeigt habe mit diesen Erinnerungsfragmenten, definitiv genial. Gott. Ähm, ah, was ich jetzt mache, passt mal auf, ich erzeuge mir diese Heilungszirne. Ähm, also das ist definitiv genial. Egal, ansonsten ist es halt wirklich ein klassisches Metroidvania. Ähm, was ich einfach unfassbar gut finde. Aber wie gesagt, ich habe Hollow Knight gesuchtet. Habe ich ja auch ein Video zu gemacht. Guckt euch das gerne an. Spiele ich auch jetzt aktuell tatsächlich wieder. Ähm, und jetzt gibt es hier, wie gesagt, mit Prince of Persia definitiv... ...den extremst guten Nachschub. Ganz wichtig noch, das Spiel wird relativ teuer sein. Ähm, 50 Euro wird es kosten. Wie gesagt, Switch, Xbox One, Xbox Series SX, PS4, PS5, ähm, PC. PC aber dann nur Ubisoft Store und Epic Store. Das Spiel kostet 50 Euro. Ihr habt die Möglichkeit, für 60 Euro die Deluxe Edition zu holen. Dann habt ihr drei Tage Early Access. Ähm, und sowas finde ich eigentlich immer super ätzend bei Games. Ähm, einfach nur, wer mit dir drei Tage früher spielen könnt, 10 Euro mehr zu zahlen. Ja, aber so ist das bei diesem Spiel. So, wir haben übrigens Skins, ne, können wir uns auch anziehen. Es ist allerdings so, dass es ja auch Ubisoft Plus gibt. Habe ich selber nicht. Kostet 17,99 meine ich. Und mit Ubisoft Plus habt ihr die Möglichkeit. Das ist halt so ein, ja, so ein Katalog von Ubisoft mit über 100 Spielen. Ähm, da habt ihr dann die Möglichkeit, das Game an Tag 1 tatsächlich auch im Early Access, ja, zu spielen. Für 17,99 im Monat und halt noch 100 weitere Spiele. Wenn ihr dann aber halt irgendwann Ubisoft Plus kündigt, habt ihr halt keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Das heißt, das gehört euch nicht. Und von daher müsst ihr euch überlegen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will das sowieso nur einmal durchspielen. Mir reicht auch tatsächlich, ähm, die Zeit von einem Monat. Dann könnt ihr euch Ubisoft Plus für einen Monat holen. Für 17,99 spielt das durch, kündigt. Und seid durch damit. Und habt das Spiel dann für 17,99 gezockt. Aber wie gesagt, wollt ihr es danach dann nochmal spielen. Dann habt ihr keine Chance. Und deswegen müsst ihr euch überlegen, ob es das wert ist. Ja, oder halt nicht, ne. Ähm, ich werde es mir definitiv kaufen. Für die Playstation nicht. Ich war am Überlegen, weil ich mir gedacht habe, okay, cool, so kann ich es mit 120 Frames auf der PS5 zocken. Und mobil, ähm, ja, mit der Portal, beziehungsweise dann mit dem Deck, mit Chiaki. Oh, was will er denn von mir? Aber ich muss halt... Ich muss aber halt sagen, weil es mir einfach mit den 90 Frames so extremst gut gefällt. Und das würde ich halt auch nicht hinbekommen, ähm, wenn ich streame. Ja, das ist einfach so. Ähm, und mit der Portal auch nicht. Und deswegen werde ich es mir tatsächlich für PC kaufen. Obwohl ich mir nur sehr, 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 sehr ungern Spiele kaufe, die eben nicht bei Steam sind. Hier werde ich es aber machen. Ob es die Early Access Version wird, weiß ich nicht. Ich befürchte, ich kenne mich. Und das soll reichen als, äh, als Aussage. So, das wird gleich noch ein bisschen schwieriger hier. Aber die Demo geht auch nicht mehr lange. Ne, aber, oh, wieso macht er das nicht? Wir gucken es uns trotzdem gerne noch weiter an. Die Zeit ist ja noch okay, die wir hier haben. Ich hätte gerne ein bisschen Haltung. Wo ist denn ein kleiner Backpackbaum? Ich muss auch sagen, ich habe die ganzen alten Prince of Persia Titel, also Sands of Time und wie sie alle heißen, ähm, gar nicht gespielt. Ich weiß noch, damals auf dem Amiga war das. Meine Kameraden und ich verfolgen eine, eine Verräterin. Dann sind du und die anderen ebenfalls gefangen. Der Bergkarf hatte schon viele Besucher. Viele davon hat der Fluch der Zeit ereilt. Sieh dich vor, Krieger. Tod und Verderben lauern in der Zitadelle. Der Tod ist mir nicht fremd. Selbst die entschlossensten Krieger mussten sich wappnen. Nimm dies. Genau, wir kriegen einen. Bedenke aber, dass sie kostbar sind. Ja, nur am Backpackbaum, denn wir gehen mal weiter. Wir kriegen nämlich ein neues Amulett, wodurch wir zusätzliche Gesundheit bekommen. Gucken wir uns gleich einmal ganz kurz an. Die wir allerdings nur am Backpackbaum auffüllen können. Normalerweise, seht ihr, haben wir vier, äh, Balken. Wenn wir den nehmen, dann haben wir noch einen fünften Balken. Dadurch müssten wir den, aber wir können es ja einfach machen. Ne, dann seht ihr jetzt, oben haben wir fünf Balken. Und das ist dann ganz gut. So, wir gehen mal. Ne, normalerweise würde ich jetzt auf die Karte gucken. Okay, wo muss ich hin? Und, ähm, hier unten würde ich ja noch her. Aber da kommt man halt in der Demo nicht her. Hier müsste ich noch her. Hier, hier, also noch ganz viele Bereiche zu entdecken. Genau, ganz viele Bereiche zu entdecken. Ähm, aber in der Demo, hier ist es schon wieder zu. In der Demo ist es halt relativ linear. Aber, das finde ich trotzdem... Da ist schon unsere zusätzliche Gesundheit weg. Das finde ich aber trotzdem, äh, gut gelöst. Denn so können wir definitiv... Das Spiel ausprobieren. Sehen nicht zu viel. Und haben trotzdem unfassbar viel Spaß. Von daher ladet euch die Demo runter. Die kostet nichts, ne. Die bekommt ihr auch, ähm, im PS... Äh, also im Playstation Store. Xbox Store. E-Shop. Wie gesagt, bei Ubisoft. Die Demo habe ich jetzt nicht, ähm, im Epic Store gefunden. Sondern bei Ubisoft. Aber auch den Ubisoft Launcher könnt ihr ja... ...ganz normal auf eurem Steam Deck installieren. Und damit auch die Demo. Einfach um zu gucken, wie es euch gefällt. Also mir... ...gefällt es extrem gut. Wie gesagt, ist der vierte Durchlauf der Demo. Und ich weiß, bis zum Release... ...werte ich es noch... ...auf der Xbox spielen. Auf der Switch spielen. So, wir sind... ...wir haben auch nicht mehr lange tatsächlich... Genau, hier haben wir jetzt gesehen, diese... ...ähm... ...Blätter, oder was das auch immer sein mag. Stehen wir zu lange drauf. Gehen die weg. Von daher müssen wir uns hier ein bisschen beeilen. Was aber kein Problem ist. Na, komm doch mal wieder. Ich wollte hier noch einmal gucken, was ich verpasst habe. Genau, und wie gesagt, diese Games... ...die Metroidvania Games sind... ...meiner Meinung nach... ...absolut perfekt. Auf einem Handheld. Achso, hier haben wir einen Bug-Bug-Baug-Baug. Gehen hier runter, runter. Hier kommen wir beispielsweise jetzt noch nicht her. Ich könnte mir vorstellen... ...jetzt könnte ich mir einfach eine Erinnerung erstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht später eine Fähigkeit gibt... ...oder dass irgendwas passiert, wodurch diese Stacheln verschwinden. Na, hier ist gar nichts drin. Genau, das war ich gestern schon und dachte mir, okay. So, wenn wir da oben auf das Ding schießen, habt ihr gerade gesehen... ...dann kommt halt erst dieses Blatt. Gehen noch einmal ganz kurz durchs Menü, damit ihr einfach mal seht, was wir hier haben. Wenn wir vier Blütenblätter haben, wird unsere maximale Gesundheit erhöht. Das ist der Bogen, also unsere Waffen, die wir haben. Das ist die Eile, also halt, dass wir daschen können. Das sind die Amulette, über die wir schon gesprochen haben. Die Kräfte, über die wir gesprochen haben. Und dann einfach System. Da gibt es auch Barrierefreiheit, Zielhilfen, Nahkampfhilfen. Könnt ihr euch alles auch vom Schwierigkeitsgrad her so einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet. Und in der Vollversion wird auch beispielsweise ein Modus sein, wodurch euch dann auf der großen Karte, wenn ihr das wollt, angezeigt wird, wo es... Das war nichts. Angezeigt wird, in welche Richtung ihr ungefähr müsst, um mit der Story weiterzukommen. Auch das könnt ihr ausstellen, sodass ihr sagt, oder wenn ihr sagt, ey, ich will das aber komplett alleine spielen, das Spiel, dann könnt ihr das auch machen. Genau, hier würden wir weiterkommen, kommen wir aber in der Demo nicht weiter. Du gehst da erstmal runter. Schießen da hier drauf. Zack. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Hier hoch. Zack. Jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Ist nicht mehr viel. Dann passt das sogar mit der halben Stunde. Hier haben wir nochmal einen Wack-Wack-Baum. Oder war da doch noch was, an was ich mich nicht erinnere? Nein. Genau, also hier ist einfach wieder nur ein bisschen Text. Die Bäume sind zu vergleichen, beispielsweise bei Hollow Knight, mit dem... Mit den Bänken, die wir haben. Da können wir uns auch hinsetzen. Da wird gespeichert. Da wird, glaube ich, auch die Lebenskraft aufgefüllt. Ach, guck mal, hier war gar nichts. Oder konnte ich da hoch? Da wird, glaube ich, auch die Lebenskraft aufgefüllt. Doch, hier konnte ich hoch. Genau, und da kann man auch die Amulette oder beziehungsweise Charms, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hießen, austauschen. Und jetzt sind wir auch fertig. Gucken uns ganz kurz noch den Abspann an. Beim ersten Mal durchspielen der Demo habe ich halt auch ein bisschen länger gebraucht als eine halbe Stunde. Dann bin ich auch hier und da gerne mal gestorben. Das ist jetzt beim vierten Mal halt nicht mehr so. Ich hatte mich schon gefreut auf den Bosskampf, den ich in der Demo machen kann, aber... Leider nein. Dein Leben endet hier. So. Ist schon ein genialer Abspann. Also wie gesagt, Ubisoft bin ich eigentlich, wenn ich das her immer so... So ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen negativ behaftet, wie beispielsweise auch Electronic Arts. Aber halt Ubisoft Montpellier, wie gesagt, wer Rayman Legends nicht kennt, unbedingt spielen. Unfassbar geniales Spiel. Und das hier, wie gesagt, von der Presse. Ich glaube, das steht bei Metacritic jetzt aktuell. Also gestern stand es zumindest, glaube ich, bei 87. Von daher fantastisch. Hier sehen wir noch einmal ganz kurz. Standard Edition ist halt einfach das Spiel und fertig. Ich glaube, wenn ihr es jetzt schon kauft, kriegt ihr auch ein Vorbesteller-Skin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bei der Deluxe Edition, das unsterbliche Outfit, was wir gerade anhatten. Wohlstandsvogel Amulett zur Enthüllung verborgener Schätze. Das heißt, wenn ihr das ausrüstet, dann gibt es irgendwie so einen Vogel, der cheapt, wenn ihr irgendwo in der Nähe... So cheap, cheap, wenn ihr in der Nähe von irgendwas Wichtigem seid. Und Faribas Notizbuch, so ein digitales Abenteuerhandbuch. Das, meine Freunde, ist Prince of Persia, The Lost Crown. Wie gesagt, auf dem Steam Deck für mich die absolut perfekte Version, wenn ihr das OLED habt. Die 90 Frames sind schon echt was richtig Feines. Ihr wisst das. Ihr lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, was ihr von dem Spiel haltet. Und was ich schon ganz lange nicht mehr gemacht habe, ich habe euch ja immer gesagt, bei den Leuten, die eine Kanalmitgliedschaft bei mir haben, vielen, vielen Dank dafür. Und die Lieblingsfans Deluxe, dem möchte ich natürlich auch gern namentlich danken. Von daher, Fairphone User, danke für diesen ultralangen Support, den du mir schon die ganze Zeit bietest. Und auch danke an Ronja. Ihr seid, so wie alle anderen Zuschauer meines Kanals, einfach die Besten. Ansonsten würde ich sagen, ich bin raus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ladet euch die Demo runter. Ciao.